Wobei die halt Jinx auch richtig gut aufgebaut haben, finde ich. So, das war's von dem Silisturm. Geht's dem Tetraturm weiter. Da haben wir auch ein paar interessante Charaktere, ne? Nein, lasst die Simulation W. Was macht der Franzose hier? Ich habe das. Oh, die Reihe hat auch so eine süße Knifte. Ich glaube, mit ihrem Moped, ey, der ist einfach, der sieht einfach mega cool aus. Seht einfach nur Style. Ja, Noah ist halt Noah. Weil ihr ist halt alles groß. Ich bin immer noch geschockt von ihrer, von ihrer, äh, Backwest. Das hat mich ein bisschen traumatisiert. Aber auch hier kann man auch ganz easy brücheln. So, was haben wir, aber wir sind erst mal 24, okay. Da sind wir noch gar nicht so hoch. Ja, was wir nicht machen können, ist Pilgrim, ne? Da haben wir leider nur eine. Wie viele Pilgrim gibt's insgesamt? Zählt da moderner und so auch zu? Oder sind das diese ungedingsten? Okay. Okay, es gibt acht Pilgrim, äh, Pilgrim, okay. So, 1500 Stock, easy, easy, peasy. Okay, so, την Beachter. Also, wenn ich nicht collision replettabile. Bis bald bald. Tschüss. Bis bald. Bis bald. Maker Barsch.